halli hallo meine freunde ich bin's ja jannis einfach jannis im hintergrund seht ihr das rathaus das habe ich schon oft gezeigt ich drehe mal die kamera ja frontkamera ist einfach viel besser da ist das rathaus ein wunderschöner palast aber was ich zeigen will ist eigentlich warte mal hier ist ein stangenweg da wird eine bühne aufgebaut heute ist vatertag in chile und heute gibt es eine kleine präsentation hier ich werde wahrscheinlich mit meiner frau dann nachher hingehen oder alleine ich weiß es noch nicht ich will auf jeden fall ein bisschen filmen und euch präsentieren was da heute passiert bis später wir hören schon die musik komplett hier hinten alles ich mag die musik richtig gerne die musik richtig so Ich hoffe, gibt es jemanden, der Arepas verkauft oder Superbias? Ja, ich bin jetzt rein. Wie cool. Ich will Haare schneiden, ja. Wie teuer ist das Haare schneiden? Oh, nicht zu nah an die Gläser, Schatz. Schatzi, ich will Bier. Ich will Bier haben. Wenn ich mir was aussuchen darf, dann will ich Bier. So, wir sind jetzt hier hinten. Sieht schon sehr schön aus, so ein bisschen märchenhaft hier. Schönes, kleines Schlösslein. Ich war noch nie drin, aber ich war noch nie auf dem Gelände. Guck mal, die ganzen rosa Autos hier vorne, Security Autos. Und der kleine Mann hat einen Lichtschalter gefunden. Und ich glaube hier, ja hier, das nebenan ist eine Schule. Das ist eine Schule. Ja, ich werde noch das Konzert ein bisschen filmen, aber ich werde auch das noch mal separat dann hochladen. Hallo. Ich bin mal, wie ist die Marietta aus? Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017